so mit einem gezielten schuss den fahrer eliminieren hallo bleibt mal stehen jetzt hat er natürlich natürlich hat er geht doch so wen haben wir denn er das war als verschwendete munition aber das ist mir egal mir geht es darum so viel gefahr wie möglich erstmal kalt zu machen so und wir laufen wieder munitionslust durch die munitionslust durch die gegend komm hallo gib mal dein stummgewehr hier nein will er natürlich nicht was er exakt naja auch egal ich habe das gefühl dass unser geschütz wir haben kein geschütz mehr wir haben keine munition mehr und wir haben da hinten aber trotzdem noch einen gegner stehen also die munition ok fragen beantwortet tut mir leid wenn ich genervt habe so ok wir haben munition wieder das geschützt haben wir noch auf der rechten seite auf der linken seite brauchen wir es auch nicht unbedingt wenn man zu haben und wir können uns nun den dritten schalt schild generator vornehmen und davor erledigen wir die restlichen überlebenden gegner es sind nicht mehr viele und sie sind nicht stark und ich habe wieder zwei granaten bekommen so na mein freund hast du mich schon fröhlich erwartet so das war es ich bin bereit das wird nicht reichen lasst das ist der teil vom geschütz ja ok lasst uns fortfahren so und weiter geht die lustige fahrt ich mache mir mal machen wir machen es mir mal schön gemütlich auf meinem oh oh platz so boom wer braucht da noch sylvester an alle einheiten unidentifiziertes allianzschiff nähert sich und weiter geht die action wow Ja super und unser Geschütz ist auch noch kaputt gegangen Aber da unten haben wir Munition So Wir fahren doch mal kurz in Water Haben wir kein Nein 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 Ich brauche einen Mann auf dem Geschütz Yeah So Jetzt kann die Action beginnen Kümmern euch um sie Das liebe ich an Hey nur die KI Wenn sie am Geschütz ist Das sind wirklich die besten Scharfschützen Also kannst du im Koop spielen Kein Kumpel schießt im Geschütz so gut wie die KI Zumindest meiner Meinung nach So Und wir haben schon einen Kontrollpunkt Und unser Schütze erledigt weiter Die Gegner Ah Und der Fahrer nämlich ich Baut natürlich nur Blödsinn Wow Woher schon wieder Woher kam jetzt der Panzer her Na okay Da kam er her Die Frage wäre auch beantwortet Jetzt geht es auch noch darum Den Panzer zu zerstören Schieß doch drauf Hallo Du Säge Schieß Komm schon Und in dir Yeah Panzer ist down Jetzt noch die kleinen Banschis hier Äh Ghosts Einer noch einer Komm Komm schon Buh Okay Leute Tut mir leid für den Letzten Fail Aber das passiert nun mal Wenn man nicht auf leicht Sondern auf normal spielt Und wenn man das Spiel noch nicht kennt Denn ich spiele es zum ersten Mal Ich hoffe ihr könnt mir verzeihen Und weiter geht es Und noch mehr Ghosts Und noch ein neuer Panzer Das Allianzschiff Ernten Enten Ich hab Ernten gelesen So Warum springt der schon wieder Naja Okay Das müssen wir wohl auch zu Fuß machen Ich probiere dabei nicht zu sterben So und weiter geht es Und wir entern das Schiff Wiii Wow 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 Was ist hier los Nadelwerfer Okay Interessant Gegnermassen So Dann kümmern wir uns hier mal Nein Meine Munition neigt sich dem Ende zu Wow 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 So So Da schnapp ich mir noch mal kurz einen Allianz Karabiner Danke dafür Und mach mich weiter auf den Weg Nach oben Und Ja so neutralisieren wir das Teil am besten Habe ich das Gefühl oder Ja Wow Vom Schiff entkommen Weg hier Wow Oh 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 Ich möchte weg hier Aua Oh oh Es sieht so aus wie wenn das Schiff gleich Boow Wow Wow 30 Zoll Räder oder was Ja Ein wenig ist gut Ja Wir formieren uns mal neu Mammoth in üblem Zustand Sir Er könnte es bis ins Zielgebiet schaffen Falls jemand anfängt uns mit Steinen zu bewerfen Ein zu hohes Risiko Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus damit sie den Gravitationstrichter erreichen Verstanden Sir Ausrücken Gypsy Okidoki Nein Mammoth unterwegs Die sind denen egal Die haben sie ersetzt Verdammt Ist ja ok Wie Wie kann das ok sein Wie kann es ok sein wenn ich sie in Gefahr bringe weil ich mich nicht zusammenreiße Chief Verstehen sie überhaupt was der Wahnsinn wirklich bedeutet Wir schalten uns nicht einfach ab Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen Wir denken uns buchstäblich zu Tode Du weißt dass ich das nicht zulasse Ja das Gefühl Und falls es trotzdem passiert Das Gefühl habe ich auch an der Uni dass sie mich zu Tode denke Pfff Ja Commander Der weitere Weg ist komplett blockiert Das war es erstmal für den Mammoth Der Befehlschrank der Partikelkanonen ist am Ende des Graben Verdammt So Allein bin ich schneller Die Verteidigungskontrollen lokalisieren Das werden wir hoffentlich Ich denke nochmal dass ich den richtigen Weg nehme Und das heißt wieder ein bisschen Action Dort haben wir noch ein Schauschützengewehr Falls wir nochmal Munition brauchen Aber ich würde sagen dass wir erstmal die DMA behalten Und Peng Und Peng Und Peng Und oh Unsere liebsten Freunde sind wieder da Wow Du Sackgesicht Scharfschütze ausgeschaltet So So Komm weg mit dem Und mit dir auch noch weg So Ich glaube das waren alle fürs Erste So ist unser Na Teleportationsmeister So wir haben Granaten erhalten Und weiter geht die Reise Man merkt wieder ich werde leiser wenn ich mich hier Ahahaha Konzentrieren muss Was Da kamen auf einmal 50 Schüsse aus der Luft okay Na super War ja irgendwie zu erwarten dass das nicht gleich so flüssig ablaufen wird Ja der verzieht sich natürlich Ja hey Alter wie schnell schießt denn der schon So jetzt aber Komm schon So Okidokili Wo ist denn der Ja Meine Güte könnt ihr mich einmal in Ruhe lassen Einmal Das wäre geschafft Ich würde sagen ich hole mir hier nochmal die Granaten Diesmal nur eine okay So Und diesmal nehme ich mir erstmal das Strahlengewehr Um auf Nummer sicher zu gehen und ich spiele ein bisschen defensiver Denn ich möchte nicht einmal noch einmal sterben So ein So ein Ja das sind mehrere okay ich muss kurz in Deckung bleiben Sonst werde ich sterben Bin ich blind? Ah da So eine und Na da ist der zweite So Die wären erledigt Die haben nämlich vor und für meinen Tod gesorgt Ist das noch einer? Nein das ist nur eine Leiche So Diesmal gibt es Granaten So Und schon wieder von hinten Geschuss Nein 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 So Diesmal nicht diesmal nicht So Nein 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 Na wo bist du? Tut mir leid wenn ich so leise bin Aber ich muss mich gerade konzentrieren So Jetzt aber Das wären alle Deswegen Oder vorerst mal alle Deswegen gibt es hier erstmal einen Kontrollpunkt Dafür dass wir die Scharfschützen ausgeschaltet haben Sehr Naja soviel zu Scharfschützen ausgeschaltet So weg mit dem Sturm Sturmkarabiner Ah ich sehe schon wieder einen Ist ja verseucht hier der Level So Einer nach dem anderen Schön alle ausschalten Habe ich noch jemanden übersehen? Vorerst mal nicht Okay da sind schon wieder neue kleine Lustige Freunde die umher Waaah Ist ja selbst nur ab und geht doch schon wieder Waaah